Das ist wie bei Sixth Sense, nur dass ich keine toten Menschen sehe, sondern nackte. Willkommen in London, Freundin! Wo ist dein Gästezimmer? Ach, du meinst das ernst? Und was führt dich nach London? Willkommen zum abgefuckten Geheimnis, das sich mein Leben schimpft. Aber ich werde mich hier selbst finden. Irgendwas stimmt nicht mit mir! Vielen Dank!